ich muss ich muss gerade mal du ich weiß ja dass du klub ist und deswegen muss ich gerade mal von dieser physikalischen logik befragen bitte gucken wir ganz kurz rein und sagen wir wie du das also du musst bedenken ich bin gerade von da vorne wenn ich jetzt die richtung zeige da hinten von da bin ich gekommen bin hier lang gedriftet hatte hier bin hier lang geflogen hatte hier einen unfall bin da auf der kante hier also da wo die ampel ist auf der höhe es muss